Hallo bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit dem Stirling-Motor. Der Stirling-Motor ist eine Wärmekraftmaschine. Ein Gas wird in einem Stirling-Motor durch von außen zugeführte Energie in einem Zylinder erhitzt und expandiert. In einem anderen Zylinder wird das Gas gekühlt und komprimiert. Zwischen diesen beiden Zylindern pendelt das Gas und wechselt dabei Temperatur und Druck. Der Stirling-Motor arbeitet mit einem Kreisprozess. Als Gas im Stirling-Motor eignet sich Helium oder Wasserstoff. So wird im Stirling-Motor die im Arbeitsgas enthaltene Wärme auf dem Weg vom heißen zum kalten Raum im Regenerator gespeichert, um den Wirkungsgrad zu verbessern. Wenn das Gas vom kalten in den heißen Raum strömt, gibt der Regenerator die Wärme wieder ab. Als Kolbenmaschinen wird der Stirling-Motor meist ausgeführt, wobei es verschiedene Bauformen gibt. Als nächstes wollen wir uns den Beta-Typ anschauen. Beim Beta-Typ laufen beide Kolben in einem Zylinder und der Verdränger wirkt als Regenerator. Der andere Kolben ist der Arbeitskolben, der die Druckamplituden in kinetische Energie umwandelt. In der kontinuierlich gekühlten Kaltzone bewegt sich der Arbeitskolben. Der Verdrängungskolben bewegt sich zwischen Heiß- und Kaltzone. Der Verdrängungskolben wird axial von vielen dünnen Kanälen durchzogen. Der Arbeitskolben läuft auf einer um 90 Grad versetzten gemeinsamen Kurbelwelle. Allein der Arbeitskolben bringt die nutzbare Arbeit. Der Verdrängungskolben wird nur bewegt, um das Gas zwischen dem warmen und dem kalten Raum zu verschieben und dessen Wärmeenergie zwischenzuspeichern. In vier Schritten kann man den Arbeitsablauf unterteilen. Der Regenerator ist am oberen Totpunkt und das Gas unten im heißen Bereich. Das Gas wird erhitzt, dehnt sich aus und schiebt den Arbeitskolben nach oben. Der Verdrängungskolben wird durch die Bewegung des Arbeitskolbens auch bewegt, aber das Heißvolumen überwiegt stets. Das Schwungrad wird in diesem Takt angetrieben, da der Druck P des Gases auf die Fläche A des Arbeitskolbens eine Kraft F ausübt. Durch seine Massenträgheit bewegt sich das Schwungrad weiter, weshalb das Gesamtvolumen in diesem Schritt fast unverändert am oberen Punkt bleibt. Das Gas wird nun vom Verdrängungskolben vom Heißen in den kalten Bereich geschoben, was zur Erwärmung des Regenerators und zur Abkühlung des Gases führt. Der Verdrängungskolben übernimmt die Aufgabe des Wärmespeichers und muss aus diesem Grund ausreichend Masse besitzen. Das Gas im kalten Bereich wird durch Kühldruppen abgekühlt, wodurch der Druck sinkt. Bei hohem Innendruck muss Arbeit zugeführt werden, um den Arbeitskolben wieder zurückzuschieben, weil dafür das unter hohem Druck stehende, aber kalte Gas komprimiert werden muss. Die zuzuführende Arbeit ist deutlich geringer als die abgeführte Arbeit bei der Heißexpansion. Die notwendige Arbeit wird vom Schwungrad aufgebracht. Der Regenerator wird durch das sich drehende Schwungrad nach oben bewegt und das Kühlegas oben in den heißen Bereich wird nach unten bewegt, wo es durch die aus dem zweiten Takt gespeicherte Wärme erwärmt wird. Der Zyklus beginnt nun von vorn. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Der Stirling-Motor ist eine Wärmekraftmaschine. So wird an einem Stirling-Motor ein Gas von außen durch zugeführte Energie in einem Zylinder erhitzt und expandiert. In einem anderen Zylinder wird das Gas gekühlt und komprimiert. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Physik-Playlist. All unsere Lernvideos findest du übersichtlich geordnet unter folgendem Link. Auch steht dir im Google Play Store unsere Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up! Musik Untertitelung des ZDF, 2020